halli hallo heute regnet es und wir wollen aber unsere terrasse ein bisschen erweitern denn da geht man immer lang und der rasen wächst da nicht das werde ich euch jetzt mal zeigen das ist hier auf dem weg zur tür und wir möchten jetzt mit alten platten das ist zwar nicht das gleiche man sieht dass hier das schrebergarten like alles was über es wird benutzt machen wir jetzt hier diesen stück vom rasen der wird jetzt doch noch ein paar steinplatten verlegt so dass wir da ein bisschen mehr platz haben auf der terrasse wir haben also jetzt die freigelegt folger ist dabei das auszurichten das muss ein bisschen abschüssig sein zu den rasen hin und jetzt kommen diese ganzen platten dahin und wir hoffen in einer halb stunden kriegen wir besuch dass dann die terrasse fertig ist jetzt sind wir aber kaputt jetzt hat es aufgehört zu regnen wir kriegen ja auch gleich die gäste sind fix und fertig aber ihr seht jetzt hier drei quadratmeter mehr terrasse das heißt wir haben echt platz jetzt und der rasen hat sowieso nie geschafft und da hinten kommen denn diese beete hin das machen wir noch ein anderes video die werden denn so aussehen und die sollen denn dahin und dahin so dass das ein bisschen höher ist aber das kommt noch das soll es erstmal gewesen sein von heute von unserer terrassenaktion